das ist das wo ich von dem btr überfahren wurde ich verrat es dir schon mal aber es wird im jahresrückblick video eine abteilung mapsterfeld umgeben aber leider habe ich nicht gefilmt die vom btr gematscht wurde gibt es fragen dazu ja wie kann ich laufen warum ist da was explodiert und tschüss ich brauche keine sechs rauchgranaten raus mit der kacke aussteigen also irgendeiner läuft schon weg tracer tracer arm auf die small das finde ich schade der linken seite haltet den sniper ein bisschen weiter im hintergrund auf einer höhe laufen den panzer welcher hinterher ziehen das ist nichts neues ich bin das gewohnt ich finde es sehr lustig dass ich vorhin eine romantrilogie beendet habe um der es ziemlich viel um paranoia geht ich kann den hauptcharakter inzwischen nachvollziehen natürlich der die von lorenz das erste haus auf der rechten seite hat auf jeden fall präsenz achtet auch auf die rechte flanke also die russen haben unseren panzerfahrer mit wodka abgefüllt ja ihr könnt ruhig joggen ja guck mal da kam das kommando auf der rechte flanke irgendwo ein panzer da ist ein granatenwerfer schade ich lag ja so gemütlich er schaut dass wir erstmal die scheune bekämpft ich bin getroffen aber nicht schwer ich weiß zwar nicht worauf er schießt aber ich kann nix sehen mit fernseis in richtung scheine ich sehe einen wo Oh! Na, gehoch dich! Äh, was schießt du an der gehört? Keine Ahnung Ich hab ihn mit der Lacke im Cross Rücken weiter vor Das ist durchaus schon ein Vorteil, seine Sicherung rauszunehmen, wenn der Gegner vor einem aufploppt Äh, ich hab das gesehen, das sah echt krass aus Haben wir den echt nicht gesehen? Äh, komm, wir gehen mal zurück zum Medivac Äh, wir kommen zurück, Zau Nehmen wir den Kompon Bestanden Ich bin hin Ach, tanzer Tanzer Achtung, da kommt ein Fahrzeug von Südost Gepanzer das Fahrzeug, BRDM Ist auf der Straße Nagrach, aussteigen Wir haben doch ein Panzer Nagrach, Nordost Äh, Otti Guck, ob du dahin triffst Wir sind ausgestiegen Ist abgesessen, ist abgesessen Brauchst du schießen, Otti Timo, bräuchte mal den Medic Naja, wir nehmen doch den Kompon, dann brauchen wir den Medic Jep, wir kommen Nagrach geht zu Fuß weiter, wir fahren vor Nagrach geht zu Fuß Nein Das ist in unserem Rücken irgendwo So, wo sind die Verletzten? Hier Nimm mal zum Haus bitte Geht nicht Lorenz ist hier am Boot Ach, du bist noch Ja, ich war am Verarzten, ich hab nicht, ich bin ein bisschen stark zusammengeschossen Ich weiß nicht, wo der sitzt Ich auch nicht Guck getarnt heute Na komm, wir ziehen uns erst mal zurück Ich muss mich erst mal zusammenflicken Da ist der Kompon gesichert? Unbekannt Negativ Loren, Start ist bei deinem Team Lorenz ist am Boden Verstanden Er kann der Panzer nicht irgendwas? Oh, unser Panzer hat nicht gefressen Ja, haben wir, aber ich weiß nicht wo Kann sein, dass ich gleich ohnmächtig werde, ich komm zu euch Copy Ist der Kompon dann sicher? Äh, Kompon scheint gesichert zu sein Wo ist denn die letzten Sammelstelle? Äh, vorm Haus Das ist hier, wird schon kräftig verarztet Äh Warte mal mehr Ich mach den Arm Ist okay Ich mach den Arm Warte, hier hast du Puls Du hast keinen Puls Du hast doch nur etwas Blut verloren, also komm schon Hör auf zu simulieren Ich setz mich mal an die Ecke und sichere, äh, ich bin momentan zu wenn ich nochmal aufgehe, kannst du nicht Wer ist denn noch hier, wer ist denn überhaupt noch hier? Äh, Mapster Äh, Lass ist noch hier, Lars ist noch hier Wie, Timo Timo, Jan Schießen auf mich Sie schießen auf Jan Ach, der Warum auch immer Understood Okay Ich bring hier ne Konserve an Timo, sag mal Bescheid wenn die durchgelaufen ist Ja So Erstmal, Nagrach, dass du wieder bei 100% bist Ah, shit Blut verloren Kontakt vor uns Ja, ich zähl darauf, dass du ihn triffst Ab ihn Ja, ich hab getroffen Das obwohl ich nicht mehr mal zielen kann mit den Schmerzen Noch nicht So weit ist es noch nicht Äh, Sarah Ja, hört Roti kann auch genäht werden, ne? Ich bring hier ne Konserve dran und sag Bescheid wenn die durchgelaufen ist Genäht bist du, es sollte nicht mehr aufgehen Alles klar Mtv, äh, mit 8x Mtv geht es unterwegs zur Unterstützung, okay So, mal schauen Matthias hat wieder Polz, hat nur ein bisschen Blut verloren, muss nur genäht werden Ja, ich will ja Fick sich doch was Fick sich doch was Gehen Ey, Piggy Achtung! Ich setz dich mal kurz in der BND und mach mal den Motto. Jupp. Jupp. Äh, dann kümmern wir durch mal um ne ordentliche Rundumsicherung. Ja. Nacka, Südost. Ich guck grad Südwest. Ich hab Nord-Ost. Also ich hab den BND im Kampf umfähig gefahren, bin jetzt aber wieder verletzt. Ich glaub ich seh noch weitere Kontakte Richtung Nord-Osten. Vor der Mauer. Bestätigt. Wo? Da. Ah. Ah. Ah, da. Ich treff halt nix bei der Verletzung. Ich geh wieder hinters Haus. Ah. 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 ich hab an der brücke linksseitig einen eigenen mann auf dem boden wenn ich das richtig sehe da starten ausfall soll ich nach vorne gehen helfen beim bergen geh mal mit so otti und timo geht immer beide hoch center weg white halte ich zurück schauen dass da eine sicherung aufgebaut ist abster wo bist du kommt aus richtung scheuen es ist doch noch ein flager geht es noch gut ja Timo, Otti, Status? Ich bin gerade gelb, Otti, grün? Irgendwo rechts hinter der Brücke ist ein schweres Verschiebenbeweg. Weiß ich nicht, ob Fahrzeug oder stationär, kann ich gar nicht ausmachen. Im Zweifel schieß mit der Panzerfaust drauf. Wenn du siehst. Ich stehe den Panzer auch noch nach vorne. Abster, sollen wir mal die Scheune angucken? Ja. Versucht nur die Verletzten da wegzuholen, also dass ihr da schnell wieder wegkommt. Gotti, einfach aufnehmen und zurückziehen. Der Panzer wird beschossen. Ja, scheiße, das ist jetzt so. Wir ziehen uns zurück. Verstanden. Verblas auf den Schultern. Ja, bringe ihn direkt zu... Ich bin wieder da. Das war ein Audio-Beschussfesten. Hallo. Ich gehe hin. Ah, da sind wir beim Klick. Bleib mit OTG vorne. Vorne an der Brücke liegt immer noch jemand? Wahrscheinlich KI? Keine Ahnung. Oder Timo? Ist er dir von den Schultern gerutscht? Äh, an der Brücke sehe ich niemanden auf der Karte. Äh, Otchi, Loren, was macht ihr da vorne? Er hat gesagt, dass ich noch da vorne kurz bin. Achso. Da ist kein Gegenpunkt gekommen. Dann komm ich wieder wieder durch. Äh, Mapster, könnte ich mir vielleicht noch jemanden schnappen und mal die Scheune checken, ob die jetzt sicher ist? Äh, ja. Ich habe noch ein bisschen Partie hier, falls eine Granate einschlägt. Ja. Ich muss mich dann... Äh, schauen wir, dass ihr zumindest zu dritt da hochgeht. Wo ist denn, Sarah? Sarah, bist du noch hinten beim Haus? Nein, ich bin jetzt vorne bei den Stein. Wir brauchen hier noch. Wir hatten hier noch Auer. Ich habe das Gefühl, dass irgendwo im Süden ein Scharfschützer ist. So, jetzt zeiget euch mal auf hier. Eine Granate und wir sind wieder alle tot. Äh, ich bräuchte mal zwei Leute mit mir mitkommen und die Scheune oben checken. Wer mit sich dann frei und freiwillig? Warte, ja, ich komm mit. So, du bist wieder fit, Dimo. Wer braucht noch ein Pflaster? Ja. Und du auch? Ja, ein Kopfhalter, aber dann... Vorsicht, die Griechenkraft durchs Feld zu uns. Sollen wir den Loren einfach mitnehmen? Von wo? Süd. Wir halten, Jan. Nicht weglaufen, bitte. Ja. Achtung, Fahrzeug. Was macht denn mal? Ach, schräg er wieder. Mit Lage. So, alles wieder fit. Granny schießt wieder. Ja, auch hab ich mir keinen. Äh, teilt euch auf, dass ihr nicht alle auf einem Haufen steht. Ja, komm, na, gerade gehen wir zu 2. Ja, achtet mal auf die rechte Flanke da. Hat irgendwer einen Knappschwaden dabei? Steck du Richtung Scheune, steck rechts. Ich glaub, da schießt ihr ein bisschen gegen Bäume, oder? Etwa so, wie es aussieht. Schuss aus, äh, Richtung Stadt? Ja, ich hab's gemerkt. Panzerfaust, gut geschossen. Oh, oh. Binnermülle passiert. Ass, au. Äh, Max. Natürlich direkt ins Bein. Äh, ich hätt dich auch ganz gerne bei der Scheune. Hinter uns Kräfte, hinter uns Kräfte im Wald. Weit Richtung 70. Weit ist down. Ich komm hoch. komm mal weg. Treffen nichts weil ich wieder verletzt bin Achtung süd ost ost ist gerade hinter die scheune gelaufen Ich war eben vorne abgefragt ob der Hilfe braucht hat sich niemand mehr gemeldet Hab ich tausendmal gesagt hier aber jetzt stand sogar eben neben dir und sag ich brauch dich aber naja Nö kam akustisch bei mir nicht an Ich stehe hier am holz Wo ist hier am holz Da eben hast du mich angeguckt Komm einfach zu mir Wo sind denn Timo und Max? Das sind glaube ich schon in die Scheune ich kann auch nicht mehr laufen Ich geh zurück weil das hat ich bitte hier grad keinen Nutzen mehr Magischung genommen? Ja genau Max kannst du mal checken ob du Sicht auf den Vorort hast Ja Ja Also ich stehe neben dir Bei mir stehst du nicht neben mir Ja doch ich stehe neben dir Äh nein Doch Bei mir steht der nicht hier Hier ist nie jemand Ich weiß auch nicht jemand wie es für uns geht Ja ich hab euch da oben schon zwei Leute weggeguckt Ah ok Ich hab für mich ist er derjenige der vorne noch an der Brücke liegt Ich sehe da nur außen an der Brücke liegen Also eigentlich ist es nicht mein Problem sondern ihr Problem Denn alle anderen sehen mich Du sieh nicht Sarah kannst du da mal versuchen raus und wieder rein Ich steig jetzt einmal ins Auto Ja oder so Oh der Fahrer ist tot So Sarah sieht das bei dir im Sunny Auto Oh Oh Max, hast du Sicht auf den vor Ort? Ja, ich guck gerade, aber du siehst wirklich nicht viel hier oben. Okay, sonst kommen wir wieder runter. Ja, wir kommen wieder runter. Also ich steh neben dem Auto. Bei mir hängst du im Auto. Und das macht so ein komisches Geräusch die ganze Zeit. Ja, dann solltest du vielleicht mal einmal in die Lobby gehen, wenn du zurückkommst. Au, weird, au. Ja, also ich bin ja in der Nähe jetzt. Warte mal, ich guck mal kurz, haben wir desings oder sowas? Nee, das ist kein desings. So lasst du direkt neben mir. Ja. Bei mir hängt der halt wirklich so halb im Fahrzeug drin. Interessant. Da sein Kopf guckt quasi. Komm, hat einer gehumpelt. Die Tür? Ja. Sein Kopf guckt durch die Tür. Ja, ich weiß, ich hab keine Tür. Äh. Dann, Loren, schnapp dir mal wieder dein Team. Ich fahr mal kurz die beiden hier und dann die ziehe ich mal kurz. Äh, zusammen mit Max. Äh, und dann geht ihr schon mal vorsichtig in Richtung vor Ort. So, genäht bist du. Ja, wir sammeln uns hinter Panzer. Ich hab meine Munizienzeiger mitgeführt. Jo. Äh, fahr den nur nicht nach vorne. Ja, hatte ich nicht vor. Oh, was ist jetzt auch mal behandelt? Ja. Kannst du einmal neu? Wie stehe ich jetzt im Auto? Ist das unklar? Wahrscheinlich nicht. Ja, negativ ist es noch nicht. Habt ihr noch Kranaten entsteckt? Ja, ich hab's kurz überwarten. Mappster, ich bin mal kurz raus. Nimm aber auch so sechs Kranaten mit. Jo, Monter. Atem. So, noch mal X1 hier ist. timo kommt gleich nach der wird noch behandelt ich habe keine ich komme gerade nach ich habe nämlich auch granaten schmeiß man ein paar in den graben also zwei schneide erst mal dann gucke ich mal was eine fresse links oder rechts im graben ich glaube da sind jetzt keine ich habe ich berufe mich auf mein recht zu schweigen ich bin vom dach gefallen habe mir den arm dabei angestoßen ich glaube ich gehe mal damit vor wir können schon mal den medivac nachführen dann loren und glas ihr teilt euch dann eure teams ein stoppt der beschuss von nordwesten ihr bleibt auf der rechten seite der straße kümmert euch um den westlichen teil des vororts las hier um den westlichen abgestürzt der war dass der da noch an der brücke lag neben mir aber weil für mich sein körper noch da drüben war habe ich ihn halt nicht okay ich steig mal aus und helft die jungs da vorne oh gott das kann nicht wahr sein zara Ich komme an und der erste Schuss, der rumfliegt, trifft mich ins Bein. Klar brauchen die hier auch auf der Regenzentrale. Wo seid ihr denn? In der Brücke beim URZ bin ich. Boah, die hat es alle auch nie abgesehen. Achtung, wir haben irgendwo im Osten einen Scharfschützen. Ja Max, komm mal zu meiner Position, rechtsseits der Brücke. Zara? Ja? Soll ich zu dir zurückkommen? Ich hock im Grab. Alles klar. Sniper bekämpft. Sehr schön. Ich bin an der Brücke angekommen, hörst zisch und mein Bein ist gebrochen. Das ist also die erste Sekunde. Ich hab das Gefühl gerade, dass jede Crew mit mir oben liegt. Auf jeder steht irgendwie dein Name drauf. Ja und mein Stream mag heute nicht. Okay. Irgendwas sagt mir, dass der Panzer versucht durch den Graben zu fahren, pass auf Sara. Das ist nach der Mission noch. Der kommt nicht über die Brücke, der ist zu doof dazu. Max? Timo? Äh, nicht Max. Die haben mal hier. Was ist das denn? Was ist das denn? Toll, ich hatte zum ersten Mal seit ewigen Zeiten zwei Zuschauer und schon geht der Stream nicht mehr. Max jetzt ausfallen. Die können jetzt, ich sag nicht, der Panzer ist immer auf. Ja, ist ja auch hänger. Ja, er kommt auch nicht über die Brücke. Achtung, Panzer rollt und kommt nicht vorbei. Achtung, Panzer kommt jetzt durch den Graben durch? Jo. Boah, die ist sicher, unsere Setz? Ich bin ein Tömer. Ich bin ein Tömer, das ist jetzt der Tag. Ich bin ein Tömer. Ich bin ein Tömer, das ist ja nicht wo. Ich bin ein Tömer. Ich bin ein Tömer. Ich bin ein Tömer. Ein Tömer. Ein Tömer. Hier ist ein beladener Truck, linksseits der Straße. Sag aber, wo bleibt ich noch nicht? Ja, erstmal in Ruhe los. Okay. Okay. ich glaube ich bin ja die die russen haben irgendwas gegen mich ich kann vorhin an der brücke an ich höre es zisch und mein bein ist gebrochen das fast diese mission bis jetzt für mich die position ich meine ausrüstung ist weg meine munition fürs gewehr ist verschwunden ich glaube ich muss mal ich hatte gerade noch drei magazine oder so und jetzt habe ich keins mehr ich muss warten bis ich wieder gehalten wir fahren dann gleich mit dem medivac an die ecke wo last team stehen wird und gehen dann auch mit den häuser kampf beziehungsweise bleibt mal direkt bei lorensteam verstanden richtig richtig super muss ich dich da nicht suchen gehen um dich in den leitensack zu stecken also bis jetzt seid ihr mehr umgefallen wie ich glaube ich bin noch gar nicht umgefallen ich bin ich bin nur ständig verletzt aber ich bin noch nicht umgefallen und ich und ich muss die ganze zeit umdrehen ich habe mir jetzt mal nichts vorwerfen können niemand wort gar Unethische Befehle darfst du doch auch verweigern, oder? Ein guter Soldat verweigert keine Befehle. Ja, das war auch kein unethischer Befehl. Na klar, du bist kein Zivilist. Okay, wenn der Tönnig zu erzielt, an dem an, wenn der Tönnig zu erzielt, oder so wird ausmacht, oder gut? Wie lange hält das Morphium eigentlich? Das ist super. Weiß ich nicht. Aber du bist schon auf Droge und Heil. Ja, ja, das gefällt dir, ne? Willst du noch eins? Nein. Nee, ich hab nicht noch einen. Willst du auch nicht? Komm mal her. Willst du auch ein paar Drogen verkaufen? Nein, danke. Irgendwann wird sich Nadra für das alles rechnen, indem er bei Adrian nachkackt, wo ich wohne, dann läutet er nur an, er kommt rein und tritt mir einfach so richtig in die Eier ein. Aber Lorenz, ich weiß doch, wo du wohnst. Nichts mehr. Ach, du bist umgezogen. Ich bin umgezogen. Aber Adrian weiß, wo ich wohne, also hilft nichts. Ey, jo, Otti. Jo. Soll ich? Nein. Du bist wirklich nicht noch mal Morphium. Nicht bei dir. Na, geh weg mit dem Morphium. Ich hab mich schon mal mit Morphium umgebracht. Äh, Lorenz. Ja. Na, wird das hier noch heutzutage? Ja, ich glaub, Max ist ziemlich zersiebt worden. Ich würd noch gerne Zledemission zocken hier. Mensch. Es ist schon erstaunlich, dass es heute mal nicht Mapster ist, der die ganze Zeit umfällt. Nee, dafür der andere Rest alle. Ja, dafür sind es alle anderen. Also entweder ist es nur einer oder alle. Ja. Willst du Morphium? Nein. Ja, du standst da so, als wenn du irgendwie ein paar Drogen habest. Na immer. Äh, dann... Na klar, schau mal, dass du das andere Team deckst. Äh, Lars, ihr könnt los. Wirklich gute Sicht habe ich von hier aus jetzt nicht wo drauf, die Vorrücken. Wir kommen mit dem Medivac noch mal eben zu euch gefahren. Äh, Lorenz, ihr könnt äh, weiter... Weiß ich nicht, musst du Lorenz fragen. Aber ich lass mich nicht wo schlafen zu stehen, sondern stell dich hier drüber. Äh, ihr könnt schon mal weiter die Stadt vorrücken. Oh, wir haben Kontakt. Ich glaub, da ist einer auf uns umgefallen. Ich rück mal zur Blechhütte vor. Du passt auf jeden Fall links auf, da haben die Karte Schuss gekriegt. Und die kannst du nachrücken. Ich weiß nicht, ob das gerade... Das hat dich nicht geblieben, ne? Ne, ganz und gar nicht. Der hat sich da Großkaliber angehört. Oh! Achtung! Wo die einfach hinfliegt. Äh, okay. Ich hab das Klo zerschossen. Sarah, hat's dich erwischt? Natürlich. War aber nur im Kopf, das ist nicht so wichtig. 1, 2, 3, 4, wir sind normale, fast. Okay, ich hab ihn nicht mal gesehen. In der Stadt gibt's wahrscheinlich noch ein gepanzertes Fahrzeug, abgesehen von unserem Panzer. Äh, das hätte Priorität, dass wir das rausnehmen. Ähm, ja, soviel dazu nachracht. Ah? Wie feuere ich mit dem Dings? Du nimmst auf deiner Hand, drückst R, dann mach das auf, und dann zielst du und feuerst wie mit dem Gewehr. Du, äh, musst eigentlich aufpassen, dass du nicht direkt von der Wand stehst, sonst grillt sich der Rückstrahl, wie du's gerade machst. Wie entschärfe ich das wieder? Einfach? Äh, einfach wieder wegpacken. Okay, danke. Ähm. Ich hab Otti nirgends hingeschickt. Na, Grach, dir geht's noch gut, ja? Nein. Das ist schlecht. Ist aber nur ein Kopfschuss, ist nicht so schlimm. Na, Grach, wir probieren jetzt auch, die... Meins sei eh nix drin, oder was? Was hast du gerade gesagt, Lorenz? Wir können hier probieren, ein bisschen vorzurücken. Ja, ich würde eigentlich den Panzer gerne als der Kognenten nehmen, aber das ist ein KI-Panzer. Links rein, hoch, so in den Steinen. Oh. Timo down. Treffen zu gut in der Mission. Ah, keine Ahnung, wer von uns ist da wegen der irgendwo. Ich weiß nicht, ob das ne gute Idee ist. Wo ist Timo down? Äh, rechts neben uns im Panzer. Na, Grach, das ist gefährlich, was du da machst. Ah. Kann da irgendwo eine Granate? Ja. Absa, ich spreche rüber. Kaffee. Abdeck, du kannst Timo wegziehen. Zu jeden Fall, ich hab jetzt auf eine AK gewechselt. Achtung, ich komm vorbei. Achtung, Kreuzhoff. Ja, ja, ich will ihn nur wegziehen. Ach, da lag der. Ich bin mir nicht sicher, wo es hier noch sicher ist. Nehmen wir ihn schon. Nein, aber das ist okay. Okay, mit was. Und lass auf. Nein, nicht schon wieder. Lorenz, ich würde mal an der rechten Seite ein bisschen vorrücken und gucken um das Gebäude rum. Ja, pass auf, ah, Platz liegen über wie der Gegner, pass auf, dass die da nicht von der Seite wegkommen, wie Timo. Alles klar. Ah, nimm Optimit, nimm Optimit. Ja, ich geh mal vor. Ja, ich geh mal vor. Das ist mir da. Ich bin der Bedeutung, dass ich da einfach aufgeführt habe. Ja, ich bin der Bedeutung. Ich bin der Bedeutung. Ich bin der Bedeutung. Das heißt, er ist aber down, ja, Jan? Äh, nein, nee, du willst dich nicht down. Was hat mich da getroffen? Da hinten war ein Mann. Okay, ich habe genau da hingeguckt, aber ich habe ihn nicht gesehen. Ja, schluss. Deswegen bewege ich mich so lange da hin. Ich habe irgendein gebrochenes Bein. Ja. Ja, auf jeden Fall, wir müssen Sarah wahrscheinlich eher helfen. So, wer ist noch da? Jan ist noch da? Äh, meine drei Händen sind auch noch da. Also ich, Naka und Othika. Timo ist bei dir. Hast du die Möglichkeit, jemanden rüber zu schicken, um zu unterstützen? Äh, ja, ich kann Othi rüberschicken. Ich glaube, der ist der einzige, der noch komplett ist. Weil du führst sowieso gerade das Kommando, streng genommen. Ah, okay. Warte, was? Die anderen, da ist noch mal einer. Othi probiert die Leute da drüben zu bergen, auf der anderen Straßenseite sind die. Kann ich da einfach rüber gehen? Ah, ja, kann ich probieren. Ah, wo bist du? Ja, okay. Ja, ich muss sie retten, dann. Da. Da kam gerade schweres Feuer rüber. Das ist zumindest ein HMG. Ich muss da eigentlich mit jetzlichen Rat. Gibt es eigentlich abseits zum Fahrzeug. Wir sind... Ich habe keine Ahnung, es steht entweder da, oder da. Bei 0, 3, 8, 0, 8, 8, zwischen den Häusern. Ah, ich kann es ja mitmachen. Oh. Ähm. Ja. Na krass, was du das? Nein. Der, unser Abrams, hat gerade zwei Raketen gefressen, aus irgendwelchen Gründen lebt der sogar noch. Komm mal da. Ja, dann geht's gut mit, mit, äh, Othi Nackach. Ich versuch mal eine Scheiß wie ein Pio zu schalten. Ah, hier auf der rechten Seite. Ah, ja, komm, wir gehen auf der rechten Seite. Ah, aber rechte Seite ist, glaube ich, die bessere Idee. Äh, übrigens an dem... Ja, ich will dir aber sagen, ich habe an dem Zaun da gerade einen erschossen, hat das Gewehr vorhin rausgeguckt. Also können da noch mehr direkt um die Mauer sein. Okay. Na, das ist immerhin etwas. Ob das richtige Visier passt. Mach mal auf. Ich habe auch noch Rauchkraner. Da sehe ich einen Schuh. Ja, das ist nämlich der, den ich erschossen habe. Die werden definitiv noch mehr sein. Ich schaue jetzt da noch, ob man die Straße rumzieht. Da steht unser Panzer, der dürfte den AT ausgeschalten haben. Äh, ich springte mal rüber. Wo ist Othi? Ach, hier. Ich springte mal rüber und schaue, ob ich es rübergebe. Ich wollte eine Rauchkraner... Ah, gut. Ich glaube, da ist einer. Ich glaube, der ist hinter dem Zaun noch irgendwo. Aber ein bisschen weiter weg von meinem Zaun. Habt ihr gar nicht Granaten mehr? Kein. Du Möpster, das Kommande, oder? Ich habe noch zwei Smoke Grenades, aber wir haben ja nicht... Vier davon. Nee, nee, ich habe den Schuss. Alles klar, dann komme ich rüber. Da steht noch einer links an der linken Seite. Genau da. Hab ihn. Granate? War eine falsche Granate? Das war eine Rauchgranate. War eine Granate? Ich habe ihn übrigens schon. Gerne. Der BMP bewegt sich da noch. Das ist unser Panzer. Was hast du gesagt, Othi? Ich soll mich von hier und abkommen hier weg. Ich bin noch okay, erstaunlicherweise. Was ist denn jetzt los? Treffen die plötzlich nicht mehr. Ja, jetzt ist er getroffen. Nee, ich bin nicht getroffen. Echt? Das Blut gespritzt? Nee. Da geht's wohl in die Weste. Othi? Ist die Ecke hier? Okay. Hast du einen Rangefinder? Das geht's gut, da vorne. Ja, das geht's gut. Das ist hier eine BMP, komm her, ja. Das hast du einen Rangefinder. Ah, ja, natürlich. Kannst du schon mal nämlich checken, wie der ist, bevor ich da rangehe. Und ich darf nicht so nah an den Zaun, sonst grille ich uns. Könnt ihr den markieren, wo der sich befindet? Ah, das geht mal gut. Eckblast frei? Das war ein Treffer. Was ist denn da ein Treffer an? Unsicher, ob der tot ist. Ja, da fällt Motor aus. Ja, die sind ausgestiegen. Ja, die Besatzung ist gerade auch ausgestiegen. Ja, die Besatzung ist gerade auch ausgestiegen. Lorenz, geht's euch noch gut? Ja, ja, die haben sich da hinten raus versammelt. Es kam von Richtung BMP. Glas, hast du einmal, äh, ich neu reingeben versucht? Also in der Lobby war ich schon, aber da hat nichts gedauert. Ha. Ich weiß halt nicht, was passiert, wenn ich einmal trenne. Aber wie von Letztgeschritts gedacht ist, dass du die Doktor nicht freustest. Mein Versuch ist es wert. Ich bin zu mir durch dich durchgeschossen. Äh, Mapster, was ist denn jetzt Plan? Äh, ein Moment. Sieh noch so dieses Haupthaus? ist alles okay ich versuche nur zu diesem häuser durchgang zu kommen also merke wenn lorenz oder liegt lorenz das glaube ich nicht höchstens um mich in den sack zu verstecken ja leider ist gerade erst mal eine pizza gekommen das war jetzt unpass katja sie hat sie aus dem backofen gebracht das ist schon okay wer schießt da schon wieder ja 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 ich merke ich wollte doch nur zu ich habe kurz geredet und bin bewusstlos umfallen weil ich einfach schon so schwer gehittet war von überall du beginnst du hast mein du hast nicht mehr gehört ich weiß auch nicht warum die in dieser mission so gut schießen das hat mich schon immer reagiert ich drücke nur die falschen tasten was der panzer noch lebt wundert mich er hat zwei raketen in den rücken gekriegt ok wenn ich dir das go gebe dann spring einmal zur anderen häuser ecke ich habe auch noch rauchgranaten also die frei aus ganz rüber also liegen also liegen wir gucken ob wir flankieren können aber müssten wir über die mauer klettern das ist glaube ich keine gute idee also sind wir hier noch ein bisschen hoch na ok da laufen diese Leute ja oder fallen gleich hoch da ist einer ja achtung ich schieße mit granatowal zieht frei aus soweit na das war der falsche das war der ja 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 wir sind im hof stehen jetzt sicher nach links kommt überhaupt den krieg das ist einer hinter dem hinter dem beton es ist einer bei diesen blauen bauwagen von uns so dass das ein gegner so ein kontakt ist oben mit dem typen habe ich ihn bis hier kappen abknackt also da bin ich noch das draußen vorsicht da sitzt einer fällt ja nicht um jetzt im letzten schuss ich glaube schon wir haben den ausfall in der schule was war das denn ich mach ich weiß noch nicht in welche richtung noch sicher ist und welche nicht es ist gut wer ist es alles noch da ich habe übrigens fast keine munition mehr ich habe noch ein magazin und reserve und halbes in der waffe auch wieder puls es sind emissions immerhin aber hier ist halt noch heftiger widerstand ich denke zwei stück reichen erstmal ich bin irgendwie übergeben ja das mache ich doch mal ich habe nur keine tüte und er hat auch keine ich habe aber ich sehe keine minute also ich kann ihn nicht eintüten das ist auch nicht so wichtig ich weiß nicht ob es eine gute idee ist weil ich vermute mal irgendjemand muss ja auch erschossen haben das sind die die reingekommen sind ok ich bin bei mapster ich habe mapster ich sehe Lars nicht mehr auf der ja er kommt mehr ich glaube der ist schon verblutet das scheiß hat sie viele erwischt ja genau wenn du willst kommen wir gleich zu zweiter hoch gehen ich bin wieder einsatzbereit ich habe mir noch mal lorenz pistole Timo ist auch tot ich gebe mir alle mühe um zu fallen ist das sicher ich gehe mal wieder runter lasst mich verarzt ich weiß es nicht aber ich fall gleich um ja bis zum ersten gegner das ist heute so der durchschnitt ich brauche bandagen was macht er noch meine tourniquets ich wollte dich einpacken ich habe mir bitte mal den rücken ich bin wieder da ich übernehme hast du ihn? ich habe noch mal was von euch wir werden da oben bitte kann man nicht öffnen erster stock ist sicher ja da waren haben wir angefangen links 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 ist noch einer links in der tür pass auf was ist das das sind doch alles scharf schützen in der mission ja die treffen alle schafe wir stellen uns nämlich gerade wie solcher ne echt nicht also ich guck mit einem pixel um die ecke und fall um ja du bist wieder fit das war schon ein bisschen heftig kannst du mal gucken ob du otti helden kannst die anderen verletzten zu bergen bitte der mann hier noch achso bergen wo liegen die denn alle otti wo bist du? ich bin direkt vorm raum ich bin direkt vorm raum nee ich bin direkt vor dir das ist ne tote katten die da liegt otti das ist kai ja der ist ganz tot dann wieder schnell meine tourniquis abmachen ist das der erste stock hier er liegt hier auch wenn er wenn das jemand war dann war er es das ist das ist lorenz ja ich glaube also lorenz hat vorteile mord of blood ich glaube den haben wir verloren er ist tot scheiße okay sollen wir nach oben gucken? ist ja nix anderes übrig ja aber lorenz der hat gerade eben noch gespielt ja aber der liegt an der ecke kannst du noch mal gucken aber der hat seine waffe weggeschmissen dass er jemand zeigen dass sie ganz dahin sind ich sehe maps da und timo ich komme an timo ran ich hab timo ups sorry hier den kannst du zu sarah bringen ich bin benutzt wo wieso hörst du den? ne hier liegt noch mal lorenz wie oft liegt hier lorenz es vermehrt sich es vermehrt sich warte wo liegt der? hier kannst du auch runter bringen oh nein mapster verliert scheiße ich bin da ich bin da ja ich komme jetzt mit lorenz runter oh mein gatt holst du das tu mir meinen gefallen drück mal set guck mal ob du irgendwie zwei es kommt ne sprühe ping ok ok Ich hab keine Ahnung Ist hier oben noch jemand?